So, und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, ist jetzt Podcast, meine Kerle. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Michael, hallo Jean. Grüße aus dem Norden, in den Süden und Osten und natürlich egal, wo ihr rumsitzt und zuguckt, zuhört, sonst was. Einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Hi. Da sind wir wieder, die drei Lustigen zu dritt. Nicht die drei Lustigen zwei. Genau, das war mal am Freitag. Das ist gar nicht so lange her. Ja, am Freitag und das Mal davor auch, oder? Davor auch, ja. Ja, genau. Von daher wieder in voller Besetzung. Ja, ja, ist wieder schön mit dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst. Doch, hast du. Ja, ist schade. Aber meine Güte, meine Güte. Ja, so haben wir uns tatsächlich in der Konstellation schon lange nicht mehr zu dritt gesehen. Sehr cool. Ich hoffe, euch da draußen geht es natürlich auch sehr, sehr gut. Und ja, ich denke, wir haben alle die XZ-Utils gut verdaut, oder? Zum Glück ist bei mir nichts angekommen. Mit Debian Stable war ich jetzt sicher und Ubuntu, da ist es ja auch nicht angekommen. Also von daher, hm, ja, noch mal Glück gehabt. Wie war es bei euch? Habt ihr irgendwie betroffene Systeme gehabt mit Distribution? Also ich kann da mal schon mal erzählen. Also erstens nein, das ist schon mal ganz gut. Aber tatsächlich, mein Video hat manchen Nutzern dann doch mehr Angst eingeflößt, als es eigentlich sollte. Also obwohl ich im Video auch ganz klar sage, ja, diese und diese Distros sind nicht betroffen. Ja, haben viele nur den Titel eventuell gelesen und dann so sich gesagt, so Hilfe, Hilfe, jetzt ist alles weg. Von daher, da habe ich doch schon einiges noch mal bekommen. Das musste ich dann ein bisschen noch mal, ich sage mal, abflachen. Aber ansonsten, ich kenne auch Gott sei Dank keinen einzigen. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch keinen im Support, müsste ich mal den Levi fragen. Aber wo es jetzt irgendwelche Probleme deswegen gab, oder? Also, weil die allermeisten nutzen ja irgendwie, ja, keinen Fedora als Server oder sowas. Und wenn du eine Workstation, eine ganz normale nutzt, also einen ganz normalen Rechner, Desktop-Rechner, dann hast du solche Sachen ja in der Regel nie offen ins Internet. Und von daher bist du da eigentlich auch halbwegs sicher gewesen, sage ich mal. Und die meisten haben ja sowieso kein SSH installiert, was auch sehr gut ist als SSH-Server sozusagen auf dem eigenen System. Aber ich merke immer wieder, ja, man hat dann doch so eine Verantwortung, die man dann, mit der man dann auch echt vorsichtig umgehen muss, weil ansonsten nehmen Leute sowas ganz, ganz falsch auf und machen sich eventuell unnötigerweise Sorgen oder sowas in die Richtung, ja. Aber natürlich darf man auch nicht sagen, okay, ist es alles gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Sicherheitsvideo, sondern man muss ja schon so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Und da den goldenen Weg zu finden, das ist wirklich, ja, ich selber habe dann noch nicht den besten Weg, glaube ich, dafür gefunden, aber ich gebe mir natürlich immer Mühe. Ja, soweit dazu. In welcher Minute hast du gesagt, welche Distributionen betroffen sind und welche nicht? Nicht in der ersten Minute. Okay, in der zweiten. Weil die Leute sollen ja dranbleiben, ne? Aber so in der Mitte, in der Mitte. Aber ich habe es jetzt auch in die Kommentare geschrieben, ne? Also auch in der Pint und so. Also man muss jetzt nicht das ganze Video schauen, um zu wissen, ob man jetzt... Doch, muss man... Ja, ich meine natürlich, ja, klar. Das brauchst du unbedingt für einen Algorithmus. Also guck das Video trotzdem. Ja, immer gerne. Auch wenn du es jetzt willst, guck das Video. Ja, ja. Abonnieren, Glocke drücken und überhaupt. Glocke, abonnieren, hier, und so weiter, ne? Genau, Abo-Button drücken. Ne, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, tatsächlich, man sieht ja auch immer bei manchen Videos, wie viel dann so ein Video geschaut wird von der Wiedergabezeit her. Und das ist doch schon relativ unterschiedlich, was man dann da für Sachen hat. Also beispielsweise das eine Sicherheitsvideo. Ich glaube, das erste, das Passwortvideo, war relativ wenig. Ich schaue mal bei der Durchschnittszeit. Da haben wir durchschnittlich, äh, ja, das sagt jetzt mir nicht mehr, ne? Der Dussel, ja. Ach doch hier, durchschnittlich 3,4 Minuten, ne? Das ist nix. Also jeder schaut das durchschnittlich 3 Minuten an. Da für einer der größten Angriffe, das letzte Video, 5 Minuten 29 durchschnittlich angeschaut, ne? Aber das ist, ja? Da wird grad die beste Idee, äh, in den Twitch-Chat geschrieben. Welche Distro-Betroffene ist, wird dann angezeigt, wenn das Video ein Like bekommt und die Glocke aktiviert wird. Erst dann. Oh ja. Hättest du vielleicht machen müssen. Das müssen, das machen wir das nächste Mal, ne? Oder für Twitch, ne? Mit 5 Bitties könnt ihr das jetzt sofort rausfinden. Genau, genau. Für 5 stehe ich noch nicht mal auf. Okay, für 50. Wie wär's mit 50? Naja, in die Richtung geht's, ne? Ne, aber, ähm, das ist schon auch immer schwierig, da dann, ähm, auch den Mittelweg zu finden. Aber auch vor allem, was die Leute erwarten, ne? Wir haben ja, also vor allem Linux-Guides ist ja, der Main Channel ist ja jemand, ähm, ja, was für den allgemeinen Nutzer gedacht ist, ne? Der nicht so krass technisch reingeht. Ähm, aber dafür haben dann manche natürlich, äh, technischeres erwartet, ne? Und anderen war's schon fast wieder zu kompliziert. Und, ähm, ja, wichtig ist auf jeden Fall, was ich immer wieder lerne, man kann's nicht allen recht machen. Und, ähm, das bleibt wohl auch so, ne? Von daher, ja. Das stimmt. Aber immer sehr interessant, sowas machen zu dürfen, auch in gewisser Weise, ne? Dass dann doch so viele Leute, ähm, sich da Rat holen, sag ich mal. Das ist eigentlich auch, ähm, eine schöne Sache, das in gewisser Weise an die Community auch zurückzugeben. Ja. Aber den Tanz wirst du halt immer irgendwo machen müssen. Zwischen Kritik und Like, alles ist ja da irgendwo dabei. Absolut. Und wenn du's allen recht machen willst, machst du's keinem recht. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Sprichwort. Hm. Na? Genau. Ja, und was, also, ich meine, was willst du da mal ein graues Testbild senden? Nee, das ist jetzt nun nicht mein Grau. Ich mag nur das Staubgrau, nicht das Steingrau. Also, egal, was du machst, also, irgendwie ist es doch wieder falsch. Ja, aber ist es noch Grau oder schon Anthrazit, man weiß es nicht. Ja. Das wäre doch noch mal eine Idee, mal so ein Farbstream zu machen. Es gibt einfach nur Farben. Hm, schick. Na, mal gucken, wie die Kommentare dazu sind. Na, eher so weniger. Das ist eigentlich in meine Zukunft. Was meinst du? Ich meine das eher so weniger. Ich glaube, das wird nicht gut ankommen. Meinst du? Wahrscheinlich. Müsste man denn unter Kunst und Kreativ einordnen? Ja. Wird der neue Trend, ich sag's euch. Also, wir sind dann die Trendsetter. Naja. Ja. Apropos Trendsetter, was hast du in der letzten Woche machen dürfen, Hauke, als Video? Dürfen, sagt man. Ähm, in der, ah, das ist aber schwierig, ich bin ja immer schon ein weiter, äh, stimmt. Letzte Woche war Brave. Äh, das ist, äh, lief auch, äh, extrem gut. Also, ich hatte schon gedacht, naja, das könnte was werden. Ähm, ich hatte vor ungefähr einem Jahr gemacht, Firefox, ähm, richtig einrichten oder so irgendwie was. Wobei ich ja eigentlich selbst kein Fan von diesen Titeln bin. Wenn mir jemand sagt, er weiß das alles besser, äh, dann kommt meistens wenig Gutes dabei raus. Aber so hatte ich's denn mal genannt. Das kam gut an und dann hab ich dasselbe für Brave jetzt gemacht. Und das kam auch für meine Verhältnisse sehr gut an. Also, äh, war in Ordnung. Und, ähm, ja. Also, das ist eins so der am besten, äh, geguckten Videos, die ich da so jetzt, äh, neu habe. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, äh, als nächstes kommen wahrscheinlich wieder Dinge, die keiner sehen will. Aber so ist es halt, ne? Ja, ja. Das geht auch so richtig in Wellen mit den Aufrufen. Also, so kurz vor Weihnachten hatte ich, ich glaub, mein neuer Highscore ist innerhalb 24 Stunden 60.000 Aufrufe oder sowas. Also, unglaublich viel. Das, ähm, hat mich einfach nur weggeflasht. Und es gingen noch zwei, drei Videos weiter so. Und, äh, ja, jetzt reden wir nicht mehr drüber. Nee, aber jetzt ist auch noch gut. Also, aktuell hat jedes Video mindestens über 10.000, äh, Klicks, was doch, ähm, sehr schön ist eigentlich zu sehen. Ähm, dass sich das dann doch so viele Leute, äh, anschauen. Und, ähm, ja, es geht immer nach oben. Natürlich langfristig so ein bisschen. Aber, äh, halt immer in starken Wellen, muss man sagen. Ja, also, da muss man schon immer stark sein, äh, wenn, wenn es dann wieder runter geht. Und dann, aber gut, so ist das, ne? Ja, und da macht auch nicht immer das Thema was aus, ne? Häufig. Aber, ja, ja, manchmal, wenn die Leute dann draußen sind oder was anderes im Kopf haben, dann merkst du das doch schon sehr, ne? Von daher. Aber immer wieder schön, das, äh, ja, so machen zu dürfen, ja. Ja, ansonsten tatsächlich auf meinem Medinox-Glets-Admin-Kanal habe ich jetzt ein Video über meine, äh, hier, hier Tierlist-Reaction sozusagen hochgeladen. Ähm, der Pinguin-TV hat ja ein Video auf meines gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise als Anhaltspunkt genommen. Und so seine eigene Tierlist rausgebracht. Und, äh, dann habe ich gesagt, gut, dann gebe ich jetzt nochmal meinen Senf dazu und sage vielleicht mal, was ich bei meinem Video besser hätte machen können. Und hätte sollen, eventuell auch. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Also, es ist immer so. Auch beim Schneiden manchmal mit verschiedenen Phrasen ist besonders beim englischen Kanal schlimm. Äh, wenn ich was schneide und, äh, dann irgendwie merke, oh, was für ein holpriges Englisch ist das denn wieder? Das geht ja alles viel besser. Im Nachhinein weiß man das immer, ne? Auch beim ersten Hören dann manchmal. Aber, ja, genau. Man weiß es immer erst im Hinten rein. Und da, ähm, genau, ja. Und das lief so semi-gut. Also, aber gut, ich bin da auch nicht gewohnt, dass, also, ich bin da sonst Linux-Geiles-Aufrufe gewohnt. Und von daher muss man da auch schauen, ne? Hast, hast du da, ich hab's in den Vorschlägen gesehen, aber ich dachte, hä, hat er das gereuploadet? Hast du quasi auf die Reaction von PinguinTV nochmal reacted? Oder hast du auf deine ... Also, PinguinTV hat keine richtige Reaction gemacht, ne? Ah, nee, Quatsch. Der hat ja seine eigene gemacht. Genau, und ich hab da so ein bisschen drauf reacted, ähm, zum einen Teil, aber auch natürlich zum anderen Teil nochmal auf meine, in Anfangszeichen. Also, ich hab jetzt nicht meines nochmal angeschaut, aber halt eben so gesagt, so, hey, das und das, ähm, anders, ist anders gelaufen. Und, ähm, ja, auch so ein paar Einblicke gegeben, wie ich da einen Titel benenne und so weiter und wann ich vielleicht meinen Titel auch umbenenne mal wieder, ne? Sowas passiert auch immer mal wieder. Und, ähm, ja, man, äh, weiß es natürlich im Nachhinein immer besser, ne? Hast du deine ... Hast du deine schlimmste oder deine niedrigste Kategorie, als wenigstens Garuda genannt? Das ist ja gut gewesen, ne? Das ist ja toll gewesen. Ich hab aber auch einen Garuda-Witz gemacht, irgendwie. Echt? Okay. Ah, ja, genau. Ich kenn mehr Leute, die Garuda nutzen, als, äh, Leute, die Mageia nutzen, ne? Aber es ist leider so. Mageia spielt absolut gar keinen ... Ja, gibt's noch. Äh, spielt aber absolut gar keinen, äh, in irgendeiner Form, äh, keine Relevanz hier in Deutschland, ne? Ja, kennt ihr jemanden, der, ähm, jemanden kennt, der hier Mageia nutzt? Oder nutzt jemand Mageia? Aber, also, ich selber ... Ich hab das mal in die Kommentare. Ich hab's zum Anfang mal ausprobiert, als meine Linux-Reise begangen, äh, bin dann aber weitergegangen. Ich muss sagen ... Wann, wann, wann ... Also, das ursprüngliche, das Mandrake-Linux, das war ja mal ziemlich angesehen, das war eine französische Distribution, die mussten sich denn, äh, ne, Mandrake, das war auch eine Metal-Band, die sich diesen Namen, äh, gesichert hat, dann musste sich die Linux-Distribution in, ähm, Mandrake? Wie hieß denn das? Also, die, die haben sich, Mandriva, war das das Nächste? Das kann sein, Mandriva, ja, und dann gab's Mageia, irgendwie, ich weiß es nicht, ich, ich bin da auch nicht so drin, aber jedenfalls, ich kenn keinen, der das nutzt. Haben wir uns das nicht sogar mal angeguckt? Haben wir uns mal angeguckt, ich weiß es auf jeden Fall noch. Also, das, es gab noch einen Fork, der irgendwie, Rosetta? Nee. Doch, 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 irgendwie was, was ... Rosa, Linux, irgendwie so, aber das ... Nein, ich meine nicht Taylor-Shift-OS. Nee, nee, nicht. Ganz wichtig. Oder Rose? Nee, Rosa, hast recht. Rosa. Fork von Mandriva. Russian-Linux-Distribution. Hm, weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt benutzen möchte. Wenn dann Wodka inklusive ist, dann nehm ich sie, ja, dann nehm ich sie, ja. Hm, schwierig. Ja, äh, schwierige Sache auf jeden Fall, ja. Also, Mageia 9 ist im August 23 rausgekommen, also, die scheinen immer noch was dran zu machen. Auf jeden Fall aktiv ist sie noch, aber ich kenn keinen Schwein, der das in irgendeiner Form nutzt. Gut, es gibt auch mit mehreren Distros so, wo ich keinen, wo ich nicht weiß, wer das nutzt. Aber ich lese ja auch immer in den Kommentaren, wer was nutzt und das ist ja auch immer sehr, sehr schön zu lesen, muss ich sagen. Aber Mandriva habe ich dort noch nie gesehen. Ach, Open Mandriva, so, ja. Open Mandriva, naja. Sachen gibt's. Aber, Hauke, wie hat dir eigentlich, oder beziehungsweise erst mal Micha, wie hat dir der April-Scheats gefallen? Ähm, ich hab den ja nur zum Anfang kurz gesehen, hab mich da mal sehen lassen, weil ich zeitgleich ja auch, äh, Content created habe, nennen wir es so. Hm. Hm, zum Anfang fand ich schon ganz gut. Jetzt muss ich aber auch dazugeben, das meiste kannte ich schon, weil der Hauke am kreativen Prozess mich hat, äh, teilhaben lassen. Zumindest bei den Einspielern. Du hast ja so ein bisschen das Testpublikum. Ja, da gab's auch ganz viel Input von mir. Warte ja, bei. Flausch PN Ultimate, jetzt noch holen, ne? Ja, das fertige Ergebnis hab ich nicht mehr gesehen, aber ich fand's nicht verkehrt. So haben wenigstens die Papierkrawatten wieder mal, äh, den Weg aus dem Schrank gefunden. Das ist sehr wichtig. Immer seriös bleiben, ja. Immer seriös, ja. Wobei ich meine ja nochmal neu drucken musste, ich hab die alte nicht mehr gefunden von vor zwei Jahren, also. Ich hab auch noch. Irgendwie fehlte auch noch ein Stück davon, das passte komischerweise nicht mehr aufs Blatt Papier drauf. Aber ich glaub, das hat auch keiner mehr gemerkt. Nö, gar nicht. Hat's jemand gemerkt, dass ein Stück fehlte? Wenn's unten fehlt, dann nicht, weil, äh. Nee, nee, oben. Echt? Ja, ja. So aus dem Gedächtnisprotokoll sah's gut aus. Okay. So sah's dann, ja. Das sah's top seriös aus, so wie's war, ja. Ja, ja. Ja, ja. Der April war sehr flauschig, stimmt. Der April war sehr flauschig, der 1. April am 4. April, ne? Ja. War schon, war schon sehr unterhaltsam. Aber, äh, ich muss sagen, ich, äh, mir hat dann nicht so viel Spaß gemacht, wie jetzt beispielsweise das, äh, Lego bauen, ne? Oder das Kochen. Das fand ich irgendwie entspannter, das war cooler, also, Anführungszeichen cooler, ne? Aber es war irgendwie entspannter. So bei dem Ding mussten wir halt immer so rausfeuern, 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 so nach dem Motto. Dann musst du ja wirklich performen. Beim anderen konnten wir einfach nur Spiel und Spaß hier Lego bauen und irgendwie uns den Ranzen voll, voll hauen. Das war schon ziemlich cool, ne? Ähm, von daher war das schon ein bisschen, äh, anstrengender. Aber generell mit dem Endergebnis bin ich auch total zufrieden. Das hat schon, hat schon Launa gemacht. Auch währenddessen, muss ich sagen, ne? Mhm. Also, ja, war durchaus witzig, ne? Also, ich hab ja relativ viel Zeit da reingesteckt für diese, äh, 5 Einspieler, ähm, also die grobe Idee dazu hatte ich, äh, vorher schon, aber im Laufe von diesem Prozess, wie ich das denn gemacht habe, ähm, hat sich das teilweise dann noch ein bisschen geändert und, ähm, also es sind ja Kombinationen aus verschiedenen Sachen, zum Teil sind die KI generiert, die Bilder, die da drin sind. Dann sind es von, äh, Pixabay einige Sachen gewesen, die ich denn zusammengebaut habe, montiert habe, das Ganze in KDN Live und mit, äh, mehr oder weniger passender Musik unterlegt habe, die von dem, ähm, YouTube Audio Library oder so, da gibt's sowas, was man frei verwenden kann. Und so, äh, das, äh, das fügte sich irgendwie nachher so zusammen zu so einem Gesamtwerk und das, ja, das passt, also ich finde, es passte nachher erschreckend gut. Und der Ganze misst ja eigentlich, aber, äh. War total witzig. Aber ich muss sagen, auch Respekt, ne, was du da für Zeit reingesteckt hast. Ja. Ähm, ihr habt ja nur das vor den Kulissen gesehen, ja. Und hinter den Kulissen war es wirklich so, Hauke hat da, äh, wirklich echt sehr lange dran gesessen, die ganzen Sachen. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen früher getroffen davor und haben halt alles so vorbereitet. Und das war mein, mein Zeitinvestor rein, ne. Also von daher war er nicht ganz ausgeglichen. Ähm, äh, ja, war, war sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Und der Kabler schreibt, hab den Werbespot für den Linux Assistant vermisst. Hast du leider recht. Ich auch. Dann Spaß. Der GNU-VC Assistant ist jetzt da. Der GNU-V, Linux Assistant in der GNU-VC Edition. Oh, ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Ich wollte... Ja, genau. Alles in rosa. Mit Logo. Alles in rosa. Machen wir auf jeden Fall. Ähm, ich wollte tatsächlich am Wochenende eigentlich streamen und Linux Assistant weitermachen. Aber, ne. Die letzte Woche war sehr stressig. Und die Woche ist auch nicht viel besser. Von daher brauchte ich dann doch noch mal ein bisschen, ein bisschen Auszeit, ne. Von daher werde ich das aber demnächst mal machen. Ich glaube, so eine GNU-VC Edition hätte ich wirklich Bock. Ich glaube, das mache ich wirklich. Weil ich habe da sowieso schon eine Idee, so jeden... Es gibt so spezielle Tage im Jahr. Und da dann jeweils, ähm... Genau, so Weihnachten, Halloween, 1. April, ne, Osterfest und sowas in die Richtung, ne. Vielleicht, ja, Pfingsten weiß ich nicht, ne. Aber sowas in die Richtung. Silvester. Schön wäre es, wenn du zu chinesisch neuer an dem Datum einfach den Linux Assistant in Mandarin darstellst. Nur an dem Tag. Wäre schon schön, oder? Ja. Und das kann man dann auch nicht ändern. Hm. Jean, was kostet es, wenn du eine Backdoor in den Linux Assistant einbaust? Für 10 Blobcoins mache ich es. Die Frage hat man nämlich für Alltag. Ja. Ach, wirklich? Ja. Ich habe immer noch keine Angebote gekriegt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja. Ja gut, da war Wochenende dazwischen und... Okay, gut. Hm. Ja, aber das ist schon krass, ne. Also, was man für eine Verantwortung auch hat, wenn man solche Software schreibt. Ähm, oder auch nur maintained, ne, ganz klar. Ähm, weil da kann sich schon sowas einschleichen, ne. Also, das ist schon gar nicht so, gar nicht so cool. Ja. Aber von daher ist es wichtig, umso wichtiger, dass eigentlich das Ganze Open Source ist und dass man das am besten auch aus den Quellen, jedenfalls als Distro, die das dann nutzt, im besten Fall baut. Aber, ähm, wie... Da waren ja Dateien drin, die nicht im Git-Repo waren. Mhm. Richtig? Genau, ja. Genau. Aber wie sind die denn auf die Distros gekommen? Die haben ja dann die fertigkompilierten von dem benutzt, oder? Anscheinend. Ähm, also, äh, äh, ich hab das hinterher versucht, noch ein bisschen nachzuvollziehen. Äh, was da, äh, ist. Also, das Git-Repo, das scheint nicht, äh, die Basis zu sein für die Debian-Pakete, sondern es gibt zusätzlich noch so ein Tar-Ball, äh, was quasi am Git vorbei hochgeladen wird, auch von, äh, dem richtigen Maintainer. Und, ähm, da waren ein paar Sachen drin, die sich so im Git nicht nachvollziehen lassen. Unter anderem diese zwei, ähm, Archiv-Dateien, die, äh, irgendwie so ein bisschen entkryptet zusammengebaut, diesen Trojaner ergeben und diese Backdoor. Und die wurde, äh, zusammen mit einem Makro zum Bauen von dem Ganzen, was auch nicht im Git liegt, sondern auch bloß im Tar-Ball, denn beim Bauen da eingebaut in die ausführbare Binär-Datei. Also, das ist so dieser Umweg, der, äh, ja, den der andere Greifer da gewählt hat. Und, äh, ja, so ist das da irgendwie reingekommen. Also, die, 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 diese Tar-Datei muss ja wohl lokal bei, auf einem Entwicklersystem gebaut sein, also, anders kann ich mir das nicht vorstellen, und dann manuell hochgeladen. Also, ja, vielleicht auch dort mit dem Skript, aber quasi selbst hochgeladen. Ja, ja, also, schon, also, schon irgendwie, ähm, sonderbar, dass, ähm, ähm, ja, also bei Arch. Dass alle diesen Tar-Ball bauen, ne? Also, aus diesem, aus dieser Tar-Dings bauen und nicht selber kompilieren. Bei Gentoo wäre das nicht passiert wahrscheinlich, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Weil du kompilierst ja eigentlich alles oder Linux von Scratch, ja. Aber tatsächlich, so, ja, was willst du sagen? Micha, du hast auch eine Zeit lang Arch gemacht, oder? Ja. Da, da gibt es doch diese Arch-User-Repositories und das sind so Bauskripte. Genau, das sind quasi so die Bauanleitungen. Und die beziehen sich doch normalerweise auf ein Git-Repo. Also, die machen noch ein Git-Clone. Genau, genau. Und dann wird das gebaut, oder? Genau. Kommt drauf an. Na, in der Regel hast du es wirklich so, dass du es aus einem Git, äh, ganz viele Quellen hast. Oder die Hautquelle ist da meistens, äh, GitHub. Nur in manchen, äh, Situationen ist es dann halt, ähm, mal was ganz Verrücktes anderes. Aber dann machst du nichts anderes als ein, ähm, Git-Clone irgendwo ins Temp-Verzeichnis und dann einfach ein Make-Mac-Install und dann gib ihm. Das gibt es auf jeden Fall auch, aber beispielsweise beim Linux-Assistent für das Arch-Ding habe ich, ähm, ich kann da keinen Flutter, ähm, bei jedem Install draufziehen. Ähm, und von daher habe ich das schon vorkompiliert tatsächlich, ja. Also, es wird automatisiert in der Pipeline kompiliert und ich nutze das Bundle. Also, ich habe so eine Bundle und die tue ich dann halt downloaden und daraus mache ich dann die ganzen anderen Spaß. Aber, äh, ja, ne, also ich kompiliere es tatsächlich auch vor, ne. Aber, ähm, jetzt beim XZ-Utils, glaube ich, kannst du es wirklich mit ganz einfachem C-Compiler oder Make und Make-Install machen. Ähm, und dann läuft es schon, ja. Ja, aber tatsächlich sicherheitstechnisch habe ich, ähm, vielleicht nochmal kurz abschließend zum XZ-Utils-Thema, beziehungsweise eigentlich geht es daran vorbei. Ähm, beim Linux-Assistent, wenn ich ja irgendeinen, äh, irgendwelche Befehle eingebe und dann werden diese Befehle ja als Administrator ausgeführt. Und, äh, wie ich das mache, ist, dass ich die Befehle in eine Textdatei schreibe, im Temp-Verzeichnis oder im .cache-Verzeichnis mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr, wo es hier genau liegt, und das dann aufgerufen wird über einen, über ein Dritt-Python-Skript sozusagen. Ähm, und diese Dinger dann als Root ausführt und dann interpretiert soweit. Ähm, das ist natürlich dann, hätte man tatsächlich einen Angriffsvektor, in dem man zwischen der, ähm, Passworteingabe und bevor das Skript startet, quasi die Datei ändern kann eigentlich, ne. Und dann, ähm, da andere Commands nochmal reinschreiben kann und die werden dann als, äh, Root-Nutzer ausgeführt. Deswegen generiere ich tatsächlich, ähm, von dem Skript eine MD5-Summe oder ich glaube SHA265, ich weiß, irgendeine Checksumme auf jeden Fall. Und die gebe ich dann als Kommandozeilen-Argument mit. Und der checkt das dann und führt das dann erst aus, wenn das dann halt genau noch das ist. Na, also da, ähm, es gibt auch schon verschiedene Vektoren davor, wo man sich dann doch immer Gedanken machen muss, okay, wie, inwiefern wird das ausgeführt, ne. Ich glaube, ich sollte das nochmal durchschauen. Nicht, dass dann man da irgendwie trotzdem noch irgendwas hacken kann. Ähm, ich glaube, im schlimmsten Fall wird man das wahrscheinlich noch irgendwo können. Ähm, aber da muss man wirklich richtig böse drauf sein. Aber so einfach lassen sich, äh, sollen sich solche Programme eigentlich auch nicht austricksen lassen. Ja. Aber ja. Ja. Ich glaube, ähm, zu hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach nicht, ne. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, habt ihr wahrscheinlich auch letzten Freitag schon angesprochen. Klar, also, ähm, man kann sich nie zu hundertprozentig auf irgendwas verlassen in gewisser Weise. Das gibt es einfach nicht. Und jeder, der das in irgendeiner Form verkauft oder sagt, ja, gibt es nicht. Na. Ja, ähm, dann, ähm, habe ich uns jetzt mit Sicherheit wieder totgequasselt, ne. Das, ähm, kann ich sehr gut, muss ich sagen. Ein wichtiges Thema, ne. Also, eigentlich kann man es nicht häufig genug wiederholen. Ist kein spaßiges Thema, aber es ist, äh, ja. War schon wieder ein Downer zum Anfang. Ach, schon mal. Dann brauche ich ja noch so ein, so was richtig, äh, so, 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 so was richtig Downiges zum Ende. Wieso? Wir können doch jetzt einfach steil bergauf gehen. Okay, gut. Äh, was, also, was, was geht denn jetzt noch schlimmer? Ich bin so schlimmer. Das ist eigentlich okay, ne? Was ist so schlimm? X2Go. Ich habe letztens X2Go das erste Mal richtig ausprobiert, muss ich sagen. Und ich war überrascht, wie einfach das ging. Also, äh. Ach so, diesen, diesen Remote Desktop Client meinst du jetzt X2Go? Genau, genau. Für alle, die das nicht wissen, was das ist, X2Go ist am Ende eine eigene Remote Desktop Lösung, würde ich mal sagen, würde ich mal so beschreiben. Ähm, wodurch, ich glaube, das geht mit SSH irgendwie wahrscheinlich am Ende auch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, also, es, ähm, das, das normale, äh, X11-Protokoll ist ja sowieso netzwerktransparent. Mhm. Man kann das durch einen SSH-Tunnel machen, was X2Go auch macht. Und, äh, der Witz dabei ist, dass die, äh, noch Kompressionsalgorithmen draufpacken und, äh, auch ein lokales Caging. Wenn, äh, da Bildbestandteile sich nicht geändert haben, werden die nicht nochmal neu übertragen. Von daher ist es ziemlich bandbreitenschonend, das Ganze. Und bei X2Go haben sie dann noch eine Oberfläche drumherum gestrickt und, äh, Druckerfreigabe, Dateifreigabe und, ähm, Audio auch. Also, die haben das Ganze noch nett verpackt, insofern. Aber es basiert auf diesen, äh, anderen, also, auf, auf dem X11-Protokoll. Und, äh, den Sachen, die die Firma NoMachine mal gemacht hat vor einiger Zeit. Das, äh, war eine Zeit lang mal frei. Dann, äh, haben sie es zum Closed-Source-Projekt gemacht. Und X2Go basiert auf diesen noch freien Teilen. Ja, gut, sowieso wie zur Einordnung. Aber deine Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Nee, überhaupt fast. Ähm, ich muss sagen, ich war überrascht davon, wie einfach das gegangen ist. Ähm, man musste sich ein bisschen durch die Dokumentation wühlen. Ich hab das auf dem Debian installiert. Und da muss man dann aufpassen, dass man die richtigen Quellen da mit reinpackt. Und, ähm, aber das hat man schon relativ easy hinbekommen. Und dann ist das ziemlich zügig gelaufen. Ich hab das von einem, ähm, Basis-Debian-Image gezogen. Also, das ist mein Lieblings-Workspace-Ding eigentlich. Und, ähm, da läuft normalerweise kein Desktop drauf. Kein großer Desktop. Kleines Open-Box, aber dass es nicht will. Und dann, ähm, hab ich mal geschaut, okay, was für Desktop-Environments unterstützen die. Da wird's dann wieder mager, ne. Ähm, XFCE läuft bedingungslos. Und LXDE oder LXQ oder sowas läuft, glaub ich, auch ziemlich bedingungslos, haben sie gemeint. Ansonsten der ganze andere Rest. Hm, Gnome-Fehlanzeige. Ähm, Cinnamon auch Fehlanzeige. Ähm, ansonsten gibt es noch, äh, KDE. Und da hab ich ganz viele Kommentare zu KDE 5 gelesen. Und irgendwie, ja, hab ich dann da auch nicht, nicht, nicht weitergelesen. Aber bei Cinnamon haben sie gesagt, ja, äh, die Cinnamon-Version 4. oder 3. irgendwas von der Linux-Mint-Version 17 war das Aktuellste. Ne, haben sie gemeint, ja, funktioniert nicht richtig. Nur seitdem haben sie das nicht aktualisiert. Aber, äh, ich muss sagen, das fand ich ziemlich stark, ne. Kann X2Go das Spice-Protokoll? Ich glaub, hm, ich weiß nicht, was das Spice-Protokoll ist. Bin ich ganz ehrlich? Ich hab's gehört. Nee, kann's nicht. Ja, also, äh, das ist ein komplett anderes. Also, X2Go, äh, nimmt das X11-Protokoll. Und Spice ist komplett was anderes. Also, und, äh, es ist nicht so wie Remina, so ein Client, der verschiedene Protokolle spricht. Also, der X2Go-Client kann wirklich bloß mit einem X2Go-Server kommunizieren. Genau, bei, äh, bei Proxmox ist Spice mit dabei. Genau. Ja, ist ja cool. Ne. Also, das machen die nicht. Und, äh, zu den Desktops, was auch noch geht, ist Marte. Und, äh, die anderen, die, ähm, mehr so auf Effekte setzen und, äh, zum Teil auch Hardware-Beschleunigung voraussetzen, die funktionieren nicht wirklich. Oder wenn du jetzt so einen Compass dazwischen hast, bei, ähm, oder wo ist das? XFCE? XFCE kann ein Compass, ja. Ähm. Ja, Compass kannst du fast überall hin, äh, dazwischen bauen. Wo, wo ist das standardmäßig mit dabei? Äh, Compass, glaube, äh, nirgendwo mehr standardmäßig. Ich glaube auch nicht mehr. Das wurde echt ziemlich ausgespart. Außer wahrscheinlich bei hier Knoppix, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube da ist es. Da ist sogar standardmäßig drin, ne? Ja, ja. Aber ich glaube spätestens, wenn du dann bei X2Go mit Compass und dem Desktop-Würfel arbeitest, explodiert es oder stürzt ab. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Eine Sache musste man umstellen in dem XFCE und zwar das Compositing. Das musst du auch vollstellen. Ja. Und dann läuft das. Und ich sehe gerade, LX-Cute läuft nicht, aber LX-DE. Finde ich schade, aber eigentlich müsste das doch nicht so großen Unterschied machen. Also ist natürlich cute als Anwendungsphasis, aber ich glaube, das müsste jetzt eigentlich auch nicht ausschlaggebend in diesem Bereich sein. Hätte ich jetzt mal als Wald- und Wiesel-Admin hier gesagt, ne? Aber Always Compatible, Ice-WM und Open Box, aber mit speziellen Workarounds. Ja, Gnome, KDE, Unity, Cinnamon, da siehst du deinen Spaß. Wir haben eine Qt-5 in Compatibility tatsächlich anscheinend. Wow, okay. Naja. Also von daher, ja, von daher vielleicht. Irgendwie kommt ja Qt-6 irgendwann. Ja, 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 genau, genau. Nichts to go noch nicht. Aber ich bin ehrlich, ja. Also so auf den ersten Blick macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber ich glaube, ich habe es auch als erst mal nur für Kunden gemacht und der Test ist es jetzt mal und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du da doch schon an solche Grenzen eventuell dadurch dann kommst. Und dann hast du schon Probleme und bist vielleicht mit dem RDP besser aufgehoben, muss man vielleicht auch ganz klar sagen. Auch wenn RDP sicherheitstechnisch, ich glaube, ja, das ist schon ganz gut, wenn dann SSH drumherum ist, ne, beim X2Go. Ja, wo wir doch gerade bei dem Thema sind. Was macht denn X2Go jetzt so speziell, beziehungsweise was hebt das von anderen Lösungen ab? Also hört sich jetzt irgendwie bei mir nur nach Downsides an und nicht nach irgendwelchen Sachen, die ich haben möchte. Also das ist quasi das X11-Protokoll auf Steroiden mit ein paar Add-ons. Ach so. Also du kannst ja auch einzelne Fenster dir rüber beamen, was du mit, was ist das denn, SSH minus X, sonst irgendwie, was kannst du auch so machen. Und das macht es halt besser durch Kompression, spezielle Kompression und das Caging. Und du kriegst Audio dazu, Druckerfreigabe, Dateifreigabe und noch ein paar andere Dinge. Also wenn du X11 haben möchtest und keinen speziellen Desktop hast, der wahrscheinlich OpenGL oder sonst irgendwelche Sachen, die ja eine Grafik, eine spezielle Grafikkarte voraussetzen, ist es durchaus besser als das normale X11-Netzwerkprotokoll. Aber wenn du jetzt sowieso was anderes vorhast, also mit Raylan klappt das sowieso nicht. Von daher ist das Ende von X2Go sowieso absehbar. Ich denke auch. Denn die können das ja, also es hat ja diese harte Abhängigkeit zu dem X11-Protokoll. Und wenn das ausläuft, in zehn Jahren, sage ich jetzt mal so, dann ist es damit auch vorbei. Dann gibt es eigentlich keinen Anwendungsfall mehr dafür. Ich glaube auch, dass man sich langfristig wahrscheinlich mehr auf das RDP in gewisser Weise konzentrieren darf soll. Aber auch wenn RDP, ich muss sagen, ich habe es mir sicherheitstechnisch noch nicht ganz deriliert angeschaut, aber man sagt sich immer, das ist furchtbar. Ja, und von daher, ja, so richtig schön ist es. Ja, es ist schwierig. Aber ich glaube auch, dass X2Go nicht, keine große Zukunft haben wird wahrscheinlich. Also sieht man auch am Wiki und allem, das Ding ist schon ziemlich eingeschlafen. Aber sie sind auf fast jeder Linux-Veranstaltung, das muss man sagen. Also in Chemnitz habe ich sie gesehen, in Augsburg werden sie sicher auch sein. Und, aber, ja, weiß ich jetzt nicht, bin ich ehrlich, ob das so langfristig noch relevant ist. Wie langfristig ist das Ende da? Also man kann quasi schon, wenn man auf dem Ausguck steht, schon sehen, aha, da ist das Ende. Also, ja, es gibt andere Sachen, die Wayland unterstützen oder vielleicht denn hier wie das Spice-Protokoll, was ja auch schon genannt wurde, was speziell jetzt für virtuelle Maschinen auf KVM-Basis ist. Da gibt es andere Lösungen und, also vielleicht kommt ja noch irgendwie was da, was dieselbe Funktionalität unter Wayland auch noch bereitstellt, sodass man wirklich einzelne Anwendungen auf dem Server darstellt, also laufen lässt und man hat lokal denn das Fenster. Das kann, RDP meine ich nämlich nicht. Also das kann immer bloß einen ganzen Desktop, oder? Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, ja, ja. Ist auch ein anderer Anwendungsfall tatsächlich. Ansonsten Rust-Desk wäre auch eine Option eventuell. Ja, schon, also es gibt auch nochmal andere solche Remote-Software-Dinger, die sind schon ganz cool, aber Rust-Desk kann man so ähnlich vergleichen wie das VNC-Protokoll. Also VNC filmt einfach deinen Bildschirm ab und gibt dir den rüber. Bei RDP kannst du mehrere RDP-Verbindungen gleichzeitig auf einen Server zulassen. Bei X2Go müsste das, denke ich, auch funktionieren. Und das ist dann nochmal so ein Unterschied. Aber generell für viele Anwendungsfälle reicht Rust-Desk auch komplett aus. Also machen wir jetzt auch gerade für den Kunden drauf und die sind damit super happy. Also für die meisten reicht es. Aber wenn es beispielsweise, das bekomme ich immer so als Anfrage ran, dass man so einen Server hat, jeder hat da seinen Benutzer-Account drauf und jeder verbindet sich remote da drauf und arbeitet dann auf dem Desktop von dem Server sozusagen. Ich muss sagen, da habe ich mich persönlich noch nicht so super ran getraut, weil ich einfach Schiss habe, inwiefern das mit einem Audio-Drucker und externen Geräten jemand mal ransteckt ist und dann RDP beispielsweise. Und da habe ich persönlich noch Bauchschmerzen. Eventuell muss ich das mal doch etwas mehr ausprobieren, weil bis jetzt haben wir immer noch andere Lösungen gefunden. Aber das könnte auf jeden Fall auch langfristig, wenn man in Windows 12 beispielsweise schaut, viele sprechen ja davon, dass es Windows 12 in der Cloud geben wird auch, dass man sowas wie ein Chromebook in Anführungszeichen hat oder einen super alten oder hardware-schwachen Rechner in der Hinsicht, der einfach nur einen Webbrowser darstellen kann und darüber dann das eigentliche Windows beispielsweise dann abspielbar ist. Das könnte ich mir natürlich dann auch vorstellen. Und so ein Webbrowser kann viel mittlerweile. Der kann auch mit der Hardware interagieren und so. Also eigentlich, ich habe das Gefühl, der Webbrowser ist später das einzige Tier noch am Ende. Und das werden die alle anderen Sachen, werden auf dieser Webbrowser-Basis, HTML5-Basis am Ende, mit den verschiedenen Features von den Browsern heruntergestampft, was zum einen große Vorteile hat für Entwickler und so weiter, aber auch natürlich große Abhängigkeiten mit sich birgt. Wahrscheinlich. Also von daher. Ja. Aber ich glaube, das kann man nicht so schnell diskutieren. Der Browser ist über den Verlauf der Zeit ganz schön mutiert. Also vom einfachen Web-HTML-Darsteller zu eigentlich alles. Das ist echt schlimm geworden. Aber wir sind ja auch faul. Wir wollen ja nur noch eine Anwendung für alles. Das muss man ja auch so sagen. Das ist ja nur eine Marktanpassung. Auf jeden Fall. Also ich halte das, also technisch ist das höchst spannend, höchst interessant. Und ich schreibe ja auch mittlerweile fast mehr Web-Anwendungen fast als, ja hier Desktop-Anwendungen, wie jetzt der Linux-Assistent. Und das ist schon, ja, es geht ja einfach in die Richtung. Und es macht ja auch vieles einfacher. Und die Technologien sind ja da und die sind ja wirklich teilweise großartig, muss man sagen. Das auf jeden Fall. Und da ist ja dann auch sowas wie Guacamole ganz spannend. Apache Guacamole meinst du, oder? Genau, Apache Guacamole mal. Das ist ja mein Remote-Arbeitsplatz quasi, wenn ich unterwegs bin und hier im Home-Lab arbeite. Oder auf meinem Home-Lab. Weil das Schöne ist bei Guacamole, du hast RDP, VNC, SSH. Das ist schon ziemlich geil, ne? Das ist ein RDP- oder VNC-Client im Web-Browser. Wobei, wenn ich jetzt guacamole.apache.org öffne, dann kann der Inhalt nicht geladen werden von so einem iFrame oder sowas. Das haben sie ja toll gemacht. Naja. Bringt jetzt mir am Anfang nicht ganz so viel Vertrauen. Ja, naja. Aber ich glaube, das ist nur ein einfacher Screenshot anscheinend. Es funktioniert gut. Es funktioniert gut, wenn man es einmal aufgesetzt bekommen hat. Also, das mit Docker zum Laufen zu kriegen, war damals ein Graus. Mein Compose-Projekt, was ich da habe, funktioniert. Solange, wie ich nicht immer rangehe, vermutlich gut. Also, ich habe da ein bisschen Angst. Also, das Backup ist Gott sei Dank konsistent inzwischen. Never touch a running system, ja. Ja, so schlimm, wie es ist. Aber das einzig Doofe ist, wo sie mal weiterentwickeln müssen, diese Authentifizierungsmöglichkeiten. Da fehlt mir noch ein vernünftiger zweiter Faktor. Ich musste mir damit Ophelian ein Spor-Faktor davor hängen, weil mir das einfach nicht sicher genug war dafür, dass ich quasi mein Homelab von außen erreichbar mache. Was ja auch mega stark ist, finde ich, Terminal im Web. Cockpit macht das richtig gut. Das will ich eigentlich langfristig auch in den Libre Workspace einbauen, dass man auf den Terminal über den Web-Browser zugreifen kann, wenn man es aktiviert. Also, das wäre eine Option, die nicht standardmäßig aktiviert wäre, was man auch selber als Admin einstellen muss und in einer CFG-Datei nur setzen kann, nicht über das Web-Interface setzen kann, um einfach Angriffsvektoren direkt zu unterbinden. Weil also, Root kann es halt alles machen. Das ist jetzt nicht so schön. Aber die Option, die Technik dahinter, die ist einfach nur genial, muss ich sagen. Es fühlt sich wie ein echter Terminal an. Und das im Web-Browser. Auch mit allen Sachen, die du kennst, mit STRG-C, STRG-SHIFT-C und so weiter. Es wird richtig schön abgefangen. Das haben sie richtig gut gemacht unter jetzt dem Cockpit. Andere Implementierungen sind da nicht so gut, muss man ganz klar sagen. Da gibt es schon Unterschiede. Aber das ist einfach nur Butter. Das gefällt mir schon sehr gut. Wenn man nicht zu exotisch unterwegs ist, muss man sagen. Wahrscheinlich. Also, wenn du jetzt hier deinen eigenen ... Du hast ja da ... Was hast du? Hast du die Fisch? Nee, die Seashell. Also, ZSH. Die Seashell. ZSH, ne? Ja. Also, ja. Gut, ich selber bin da auch sehr anspruchslos, bin ich ehrlich. Also, das wäre nicht das Problem, wenn ich nicht noch eine andere Schriftart mit einem anderen Thema hätte. Also, der Browser kennt natürlich nicht die Nerd-Forschriften, wie sie mein Thema hat. Da gibt es halt nun mal einige Darstellungsfehler. Glaube ich gerne, ja. Okay. Naja. Aber gut, ne? Für ein einfaches hier ... Sudo RM minus R passt es ja eigentlich immer. Kriegt man immer hin. Aber ich glaube, ich habe auch in meinem Cockpit ... Ja, ich habe da auch das Terminal abgeschalten. Das ist ein Angriffsvektor, den ich nicht brauche, da das Cockpit eh nicht nach außen offen ist. Ja. Cockpit an sich ist schon ein ganz cooles Projekt, muss man sagen. Ähm ... Ja. Wenn man so ganz fies sein möchte, kann man sagen, Libre Workspace implementiert das ein bisschen nach. Ist, ähm ... Ist ein anderer Fokus, würde ich sagen. Da geht's mehr ... Beim Cockpit ist es mehr das Universelle für den Administrator. Beim Libre Workspace doch mehr für den Endanwender-Administrator, sage ich mal. Aber ja, ne? Das geht dann schon in die ähnliche Richtung, auf jeden Fall. Ja, aber für so einen administrativen Schnellangriff nicht, äh, zu verachten. Wenn man nicht ins Terminal möchte oder muss, oder weiß der Geier. Auf jeden Fall. Es gibt einige coole, äh, Third-Party, ähm, Add-ons, die echt cool sind. Gerade so, was, äh, Netzwerkfreigaben und, und ZFH ... Nee, nicht ZFH. Z ist ... ZFS-Pools und all so eine Späße angeht. Also, äh, gibt's schon coole Sachen. Ist schon sehr cool, ja. Ja, ein Proximox-Konsole über den Browser ist auch sehr gut, ne? Ähm, hab ich selber ... Ja, doch, hab ich auch mal verwendet. Ja, ja, die ist gut. Kann man nicht sagen, ne? Aber ich glaube, das ist kein Terminal, sondern das ist einfach dieser Bildschirm, so ein VNC-Bildschirm. Genau, das, das ist XVNC, wenn ich mich nicht irre. Oder sowas. Ja. Ich weiß es ja nicht. Aber ja. So, dieses Remote-Desktop-Thema. Ich glaub, das wird auch langfristig in Linux ganz spannend. Weil eventuell, äh, ich denk, langfristig wird's auch eine Option geben, dass man einfach nur Linux, ein Linux-Desktop in der Cloud nutzt, ne? Und dann von über aus dort zugreifen kann. Hat auch eventuell sehr viele Möglichkeiten, ne? Also, dann spart man sich so einen ganzen Nextcloud-Sync-Mist, sondern hat alles an einem Ort dann genau dort. Wenn man halt schafft, dass man alle Geräte und alle Sachen, die man braucht, dorthin streamen, in Anführungszeichen kann, das wieder zurückbekommen kann, ähm, dann läuft das ziemlich gut. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, wie die Internet-Infrastruktur in Deutschland aussieht, dann wird das vielleicht in 50 Jahren so sein. Ich wollte den Spaß schon machen bei Windows 12, äh, wenn sich Microsoft wundert, warum sie in Deutschland auf dem Land kaum noch Geräte verkaufen. Das stimmt, ja. Dann gibt's ja, ähm, Toaster, Vista oder sowas. Hm. Naja. Funktionieren eigentlich smart, smarte Küchengeräte auf dem Land? Oder sind das einfach nur Stromfresser? Keine Ahnung. Tja, smart ist sowieso eher so ein Problem als solches, ne? Ja, klar. Ich glaub, das smarte Gerät auf dem Land ist der Stalljunge, oder? Kann das sein? Äh, ja. Ich glaube, das, was gut funktioniert, ist der Stalljunge, ja. Das Stalljunge braucht noch nicht so häufig ein Update. Ja. Und wenn er nicht spurt, gibt's die Mistforke. Das stimmt. Nur Freitagabend und Samstagabend rebootet er einmal kurz, ne? Ja. So läuft das. Sicherheitsupdates gibt's da auch nicht. Ja, oder man hat das große Glück und wurde als Erster ans Glasfasernetz angeschlossen. Ja. Das stimmt. Ja, gibt's ja auch solche, ne? Ja, das stimmt. Ich soll ja auch noch Glasfaser dieses Jahr bekommen, wobei ich sagen muss, jetzt haben wir Anfang April, bis jetzt hat sich da noch keiner weiter gemeldet. Und so langsam, aber sicher hege ich Zweifel. Mal sehen. Beim Verlaufen sind sie immer schnell, ne? Ja, klar. Ansonsten, apropos Glasfaser, Internet und so weiter, ich werde immer wieder gefragt nach, wie man sich gescheit eine Webseite baut. Haben wir das Thema schon mal gehabt? Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich immer wieder, aber ich glaube... Häufiger. Häufiger. Oder wir haben uns, also in Erinnerung geblieben ist man dieses Graph, dieses CMS, was Seiten generiert, was wir beide nicht so toll fanden. Ja, ja, ja. Und ich glaube, was anderes hatten wir auch schon mal, oder? Ich glaube, ich glaube nicht, wenn dann nur irgendwas, ich wüsste jetzt nicht selber, ne? Aber finde ich eigentlich auch mal ein sehr, sehr interessantes Thema. Eigentlich ja eine Sache, die, wenn man so will, in unserem jetzigen Internet ja absolut kein Thema mehr sein sollte. Aber trotzdem gibt es noch super viele, die dann da in Anführungszeichen, ja, doch einfach nicht weiter wissen, wie man da so vorgeht. Micha, wie hast du deine Webseite eigentlich gebaut, wenn ich fragen darf? Oder mit was? Selber gescriptet oder hier wix.com oder? Nee, 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 die ist schon selber gehostet mit einem CMS und dann selber gemacht. Mir ist aufgefallen in dem CMS, was ich nutze, die ganzen Themen, die man so hat, sind ja inzwischen der letzte Schrott. Also ich wollte es überarbeiten, ich habe es inzwischen auch überarbeitet, aber ich konnte quasi nur Farben anpassen und endlich dort mal mein neues Logo und alles einführen. Weil die Themen, die mir gefallen hatten vom Aufbau von den Funktionen her, waren alle kostenpflichtig und für so ein paar einfache Funktionen ist mir das dann irgendwie zu doof. Das stimme ich dir zu, also beispielsweise bei Bootstrap auch so, weswegen ich mich von Bootstrap verabschiedet habe. Das ist jetzt nochmal, geht auch in dieselbe Richtung ungefähr. Bootstrap an sich ist ja schon, ich liebe Bootstrap an sich, von dem Konzept her. Man muss nicht jede CSS-Definition selber schreiben, sondern hat schon mal so ein Ding, womit man ganz gut zurechtkommt. Und beispielsweise das Event-Management-System damit von den Tux-Tagen, nebenbei das Call-for-Papers für die Tux-Tage ist offen. Das sieht immer noch gut aus und ich habe das Gefühl, die haben das auch nochmal aktualisiert an sich. Das sieht schick aus, kann man nichts sagen. Also ich war echt selber überrascht, was so gut sah das aus, auf mich nicht so gut in Erinnerung. Also es gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, aber es sieht ordentlich aus. Aber wenn du dann ein anderes Thema haben möchtest, dann zahlst du in der Regel eigentlich auch. Auch für den Designer, wenn der das so will, ist vollkommen okay. Aber dann musst du Designer damit auch leben, wenn ich sage, nö, würde ich nicht. Dann ist auch okay. Und das hat mich so ein bisschen von Bootstrap weggetrieben. Ja, jetzt nutze ich hier so ein kleines anderes Pico-CSS. Das kann nicht viel, aber ausreichend und sieht halbwegs schön aus. Nee, aber wovon ich ein großer Verfechter bin, wo ja ganz viele Abstand nehmen, ist WordPress. Also ich bin ein absolut großer Verfechter von WordPress und finde das, was WordPress in den letzten Jahren eigentlich so alles macht, finde ich super. Hat sich super weiterentwickelt und ist so ein bisschen, ich sage mal, die Hassliebe für viele. Und ich würde sagen, WordPress kann man richtig gut machen, kann man aber auch richtig schlecht machen. Weil man bei den Plugins die Qual der Wahl hat. Und von daher würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, wenn man die richtigen Plugins in WordPress auswählt, hat man wirklich ein schönes, solides, aber auch relativ zügiges System, womit man gut arbeiten kann. Also eigentlich alle Webseiten, die ich so erstelle, sind mit WordPress. Und ich hatte keine einzige, die wirklich große Performance-Issues hatte. Außer früher habe ich Elementor genutzt für die Tokstage-Seite. Haben wir sogar auch mal gekauft, dann so eine Premium-Version für einst pro Jahr. Bis wir uns gesagt haben, ja eigentlich, das, was wir damit machen wollen, können wir auch so machen. Und brauchen das Elementor gar nicht, was unsere Webseite eigentlich nur langsam macht. Und genau, ja, irgendwie fand ich einfach nur schwer und lästig. Und von daher, ich glaube, die Schwierigkeit bei WordPress ist diese Plugin-Hölle. Und wenn man da aber die richtigen Plugins auswählt, dann ist das ein richtig tolles Tool, womit man wirklich echt schöne Webseiten in relativ kurzer Zeit erstellen kann. Wollte ich auch einfach mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch auch so sieht oder sagt, ja nee, also ich nutze nur Jimdo oder Wix.com oder, das hat ja diese blöden Werbungen, ne? Ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung die gingen. Nee, was? Oder ja, seid ihr ja welche, die das selber programmieren? Es sind ja auch wieder solche ganz schlichten Webseiten in, ja? Also so dieses ganz, ganz schlichte HTML, quasi kein CSS, ne? Ist auch wieder in Mode, witzigerweise, wiederholt sich alles. Und, ähm, ja, ich finde das ganz blanke HTML jetzt, ja, muss man wirklich mögen. Aber viele Mailing-Gisten sind so geschrieben noch. Und du hast kein komisches Zeug drumrum, sondern genau das, was du brauchst. Und das ist auch okay, ne? Ja, kommt natürlich auch immer auf den Anwendungspfeil auf dran, drauf an. So eine Mailing-Liste, das ist eigentlich so ein Thema, egal. Wenn du, ähm, jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas repräsentieren möchtest, ist das vielleicht nicht immer super. Spricht, denke ich, noch jemand über Joomla? Kennt das überhaupt noch jemand? Hm. Kenne ich sogar noch, ja. Ist lange her, ja. Hat auch so seine Fanbase gehabt und ist dann irgendwie immer weiter abgeebbt. Und irgendwie hat es das Rennen gegen WordPress verloren. Total, absolut. Joomla. Typo 3 höre ich noch mal wieder. Oh, das ist so ein Riesenklotz. Ja. War Typo 3 nicht eher so ein spezielles CMS, oder war es auch so ein allgemeines? Also, es sagt mir auch noch was als CMS, aber so als Webseiten-Webseiten-CMS eher nicht. Ich würde so fast in die Richtung Shopware oder Ähnliches stecken. In die Kategorie. Ich kann es ja in WordPress auch mit Shopware verwenden. Okay. Aber egal, sorry, ja. Also, Typo 3, das ist irgendwie so das riesige Flaggschiff, ne? Also, wo du richtig viel Zeit und Geld reinsetzen musst, um das Ding überhaupt warten zu können. Du kannst damit wohl so ziemlich alles machen, bloß es ist ein Riesenaufwand bei der Entwicklung und Wartung. Soll ich fies sein? Das, was ich über Typo 3 gehört habe. Das OpenSUSE unter den Website-Bildern. Vielleicht, also vielleicht ja, ohne Jast. Nein, ich würde den nicht gerecht. Da kommst du in den Jast. Ab in den Jast mit dir. Leider falsch gewürfelt. Ab in den Jast. Geh nicht über Los. Kann ich aber nicht wieder als Folgentitel nehmen. Das verwirrt die Leute. Nee, hatten wir schon. Hatten wir schon. Aber, ja. Typo 3 wirbt ja auch damit, dass es hier Enterprise ist. Das sagt das ja schon quasi. Groß, behäbig, schwer zu warten. Halt Enterprise. Eigentlich, eigentlich besser gesagt, das Red Hat unter, ne, den CMS-Systemen. Ich wollte sogar noch den Sprung weitermachen. Ich wollte den Sprung weiter sogar schon machen, zu holen das SAP unter die CMS. Boah, das wird jetzt auch nicht gerecht. Nee, Spaß, ja. Uiuiui. Schon schwierig. Aber wobei, Lizenzen machen die wahrscheinlich genauso, ne? Vermute ich mal. Ja, ja, ja. Nee, aber Django Webseiten Framework, ja, ist auch eine Idee. Wobei das mehr dafür ist, wenn du eine große Funktionalität einbauen willst. Beispielsweise habe ich jetzt ein Buchungssystem geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das schon hier erzählt habe im Podcast. Ich glaube noch nicht. Ich weiß es nicht. Das habe ich innerhalb, ja, wenigen Tagen in Django runterprogrammiert. Mit genau so einem Framework. Also, ich habe mich super in Django eingearbeitet. Ist ein sehr, sehr tolles Tool für Web-Apps, würde ich sagen. Damit ist auch da LibreWorks beispielsweise geschrieben. Und wenn du dich so ein bisschen eingearbeitet hast, ist das wirklich traumhaft wie ein Märchen. Ich sage es, wie es ist. Und das ist auf jeden Fall so für solche Sachen sehr, sehr cool. Aber wenn du eine einfache Webseite bauen möchtest, ist das eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das willst du dann eigentlich auch nicht. Ja, aber generell an sich natürlich hast du dann mehr Freiheiten. Das ist natürlich immer so. Ja, aber tatsächlich will ich jetzt eine Serie dazu auf Linux als Admin machen, wie man dann Webseiten baut. Dass ihr alle so wunderbar hübsche Webseiten auch für eure Software oder für andere Projekte bauen könnt. Oder einfach nur für euch selber als Portfolio oder sowas. Weil, wenn ich mir manche Open Source Webseiten anschaue, dann bedürfen die auch vielleicht eines Updates. Sagen wir es mal so, ganz klar. Und witzigerweise habe ich meinen Webseiten-Stack dadurch gefunden, dass ich auf Fiverr für 5 oder 15 Euro, ich weiß es nicht, jemanden akquiriert habe, hey, baue mir eine richtig schöne WordPress-Webseite für das und das. Ich glaube, das war sogar für einen Linux-Kurs. Genau, für einen Linux Mint für Anwenderkurs. Da habe ich gesagt, okay, du hast jetzt so einen Scheiß zusammengekloppt, das sieht absolut müllig aus. Jetzt beauftragst du da mal jemanden, das war wirklich nicht viel, 10, 15 Euro, der soll das mal machen. Und dann habe ich dem so einen Test-Server aufgesetzt, hat er da mal gemacht, hat das ziemlich schlampig gemacht. Das war mir aber auch egal. Ich habe einfach nur so ein bisschen, ne, und ich glaube, diesen Tech-Stack habe ich fast übernommen. Also das ist alles Open Source tatsächlich, was der auch verwendet hat. War mir, glaube ich, auch wichtig. Und dann hat er dann ein schönes Theming reingehauen und ich so, ja, so verwende ich das jetzt mal. Natürlich dann über die Jahre angepasst, aber es kann so einfach sein, ne. Blood-It oder Build-It, ne, gibt's auch. Drupal, ja, habe ich auch schon mal gehört. Drupal, ja. Stimmt, gab's ja auch mal. Gab's auch mal. Drupal. Ja. Ja, sagt mir noch was. Es gibt auch so ein Open Source CMS nochmal, was ich letztens, ich hab's irgendwo mir aufgeschrieben. Ich hab's schon komplett wieder vergessen. Ähm, das hieß auch wirklich super easy, irgendwie nur Open CMS oder sowas. Ein bisschen in die Richtung. Gab's nicht auch irgendwas mit Ghost im Namen? Hm, sicher. Oh, Open CMS gibt's wirklich, das ist ein Java-Environment. Ach du, ne. So meinte ich's jetzt auch nicht. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ansonsten als, äh, Überblick für Open Source CMS-Systeme gibt es CMS Garden. und da sind gleich noch mehr drin. Was? Contenido Joomla, Contao, Typo3, Zulu, Drupal, Neos, Umbrako, Plone, Scientific CMS und WordPress. Ghost. Ja. Jekyll gibt es noch. Aha. Das ist mit GitHub koaliert. Mikrowaber, ach du Scheiße. Das gibt es nicht alles. Ja, es gibt viel zu viel. Aber gut, das ist genauso wie mit den JavaScript-Frameworks. Ich weiß nicht, ob ihr da so mit drin seid. Gefühlt jeden Tag wird ein neues JavaScript-Framework geboren, so wie jeden Tag eine neue Linux-Distrose ungefähr. Das ist echt so. Ja, und viele halten ja auch nicht lange durch. Also von daher auch so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, damit man weiß, ob es das vielleicht in den nächsten Jahren auch noch geben wird. Ja. Absolut ist die Frage. Webseite mit Engine X oder Apache selber hosten? Oder Apache? Besser gesagt. Ich sage alle Apache, weil es diesen Rapper gibt. Apache 9278532239. Apache bleibt gleich. Hier immer. Ich muss sagen, ich nutze weder noch, ich nutze fast immer Caddy. Weil mir die Engine X und Apache-Konfiguration oder Apache-Konfiguration, ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, in der neuen Generation jetzt mit groß geworden. Ich habe mir das nicht richtig angeeignet. Natürlich schon immer mal wieder ein paar Apache- und Engine X-Seiten. Und ich glaube, mit Händen und Füßen kriege ich das schon hin. Aber ich muss sagen, ich mache fast alles mittlerweile mit Caddy. Und du kriegst Gott sei Dank fast alles mit Caddy hin. Und es ist so viel einfacher. SSL direkt inkludiert, wenn du möchtest. Also super einfach, wenn du es so schreibst. Wenn du aber was Spezielleres willst, kannst du es auch damit machen. Also ich bin bei Caddy noch an kein richtiges Ende gestoßen. Außer, dass das kein Pearl interpretieren kann. Da habe ich noch nichts gefunden in der Hinsicht. Aber ansonsten traumhaft. Was nutzt ihr hauptsächlich als Web-Server im Hintergrund? Ich habe den Apache. Überwiegend. Zufrieden? Oder würdest du sagen, boah, nervt mich jetzt langsam. Naja, also das Ding tut. Es läuft und läuft und läuft. Also super Sache eigentlich. Und die Konfiguration dabei. Also das ist nicht so, dass ich die jetzt paant runterschreiben könnte, dass ich die Parameter jetzt so wüsste. Also ich habe eine Basis an diesen Parametern. Und im zweiten Fall kann ich das nachgucken. Also das mache ich eben, weil es so gut läuft, fasse ich das auch sehr selten an. Wenn überhaupt, gab mal so ein paar Parameteränderungen von Apache 2.2.2.2.4 oder so. 2.2.2.4, genau. Ja, also von daher, da muss man eigentlich auch sehr selten ran. Das ist eigentlich das Schöne dabei. Ja. Was bei Caddy fehlt, sind inkludierte Files. Vielleicht gibt es das auch schon und ich habe das einfach noch nie benutzt, dass du einfach eine Caddy-Config hinzufügen kannst und rauspacken. Also, dass du so ein Caddy-File.de Directory hast und da deine Dinger drin hast. Das wäre cool. Bei Caddy habe ich so so übelst Bock, mir das anzugucken, aber ich habe einfach nicht die Zeit oder wenn ich dann die Zeit habe, dann platzt der Knoten nicht. Irgendwie bin ich zu doof dafür. Aber ich denke, das ist zu kompliziert. Also ich bin irgendwie auf dem NGX hängen geblieben. Eben wegen der ja, universalen Einsatzmöglichkeit als Webserver und als Proxy. Ja, ja. Und, also kann ja Caddy quasi auch, ich würde sagen, Caddy ist ein Fab, neu, also NGX ist neu, würde ich sagen. Eine Sache bezüglich NGX, NGX Proxy Manager gibt es ja auch noch, ne? Nutzt du das? Ist aber auch nur ein NGX mit Web-Oberfläche. Ja, 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 klar. Aber ich fand das nicht so gut, als ich es damals irgendwo bei jemandem einstellen musste, weil da hast du noch irgendwelche Optionen im hintersten Menü gehabt, die du eigentlich gebraucht hast, dass, ich glaube, Jitsi dann funktioniert hat oder sowas. Ich glaube, es war irgendwie Web-Sockets aktivieren, irgendwie sowas. Das ist inzwischen ganz vorne, also ich hab den im Home-Lab für meine Zertifikate und alles. Ja, sehr gut. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sehen, das ist ähnlich wie der Maintainer von von XZ-Utils, das ist auch nur einer und es ist halt ein Hobby-Projekt und bei jeder CVE, die beim NGX rauskommt, ist er natürlich immer mit im Boot. Okay, na gut, ja. Ja, ja klar, das passt dann auch. Ich muss sagen, ich hab tatsächlich geschafft, fast überall nur noch Caddy zu verwenden und ja, dann war das für mich dann das Ding. Wie gesagt, juckt mich auch noch übelst unter den Fingern, weil ja alles über dieses Caddy-File läuft. Das ist irgendwie so der einfache Traffic, also Traffic, Edge-Router-Proxy, wie man's nennt, nur eben, dass du da wirklich dir nur Gedanken machen musst über dein Caddy-File und mehr im Backup brauchst du eigentlich nicht, um das zu reproduzieren. Aber es ist irgendwie verständnistechnisch noch nie der Knoten geplatzt. Ich denk davon, weil es viel zu komplex immer oder kompliziert. Ja, ja. Nee, das, ich muss sagen, so die Nextcloud-Config, die, da musste ich echt, da hab ich lang dran gebissen, weil da gab's sowas Offizielles noch nicht, weil Nextcloud schmeißt dir eine Nginx-Config in die Docs und auch Apache. Aber so Caddy-Dings gab's da sowas noch nicht so richtig. Es gab zwar verschiedene Stack-Overflow-Sachen und hast du da nicht gesehen und hier und da und da hab ich dann doch ein bisschen gebraucht schon für dieses Nextcloud-Ding. Das war aber das komplizierteste überhaupt und natürlich hab ich dann dabei sehr, sehr viel gelernt und sobald man einmal diese bittere Pille geschluckt hat, dann hast du irgendwann auch den Knoten raus sozusagen und weißt dann relativ genau, wie du was umsetzen kannst und musst eventuell nur noch nach dem Syntax nachschauen. Der ist manchmal spezieller, sag ich mal, aber auch absolut, absolut machbar. Ja. Aber tatsächlich, ja. Inzwischen gibt's das doch bei der Server-Installationsroutine, oder? So ein Caddy-Beispiel. Inzwischen haben sie eine Glaube drin. Wahrscheinlich. Ähm, ja, sicher, ne? Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, dass Caddy-PPA ist gerade nur für ins Payment oder sowas und muss man jetzt bezahlen. Na? Genau, also ich lasse ja Systeme automatisch aktualisieren und auf Zweiten davon war auch Caddy drauf. Und dann sagt ja meine Benachrichtigungs-Mail wo es drin steht Fehler. Wie Fehler? was ist einem passiert? Und da steht denn, äh, was du sagtest mit dem Payment Required, da dachte ich mir, hä? Haben die ihr Lizenzmodell geändert? Nein, daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass, äh, dieser, ähm, äh, wo sind die? Cloudflare oder was anderes? Keine Ahnung. Cloudsmith, ja. Cloudsmith, okay. Ähm, äh, die haben zu viel Traffic gemacht, also zu viele Leute haben das aktualisiert. also die sind über ihren Freitraffic hinausgegangen durch die ganzen Pakete, die dort runtergeladen wurden und dann blendet ihr Provider ein, naja, äh, dein Freikontingent ist weg, jetzt musst du dafür zahlen. Und, äh, das passiert wohl hin und wieder doch mal. Das bedeutet es. Also der Hoster, also die, die haben da so ein Freikontingent an Traffic gekriegt und das ist dann überschritten zu dem Zeitpunkt, wo du das installierst, wenn du ein Update machst. Also eigentlich ist es ja, also natürlich zum einen ein bisschen blöder, weil ich hatte das jetzt auch das bei, äh, zwei, drei Sachen. Ich hab's, Gott sei Dank, Caddy ist bei Debian in den Repos mit drin mittlerweile, das ist ziemlich gut. Bei Ubuntu aber noch nicht. Ähm, und ja, da hab ich jetzt auch das Problem und, äh, boah, mal schauen. Aber das ist ja gut, wenn das nur so in der Hinsicht ist, weil ich hab schon so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen und hab schon die, die Rocket Chat, ähm, Misere vor mir gesehen. Ähm, da hab ich nicht da dran. Alter. Ja, und, äh, aber von daher ist das ja eigentlich schön, weil es wird mehr genutzt. Nur so viel benutzt, dass man sich da jetzt drum kümmern kann. Aber ich schmeiß da gerne fünf Euro pro Monat in den Pott für Caddy, dass die das hosten können. Ähm, das ist, erleichtert so viel. Unglaublich viel Zeit, das ist unglaublich. Ja. Hab ich unglaublich gesagt, nie, ne? Ähm, ansonsten, welche Serveranforderungen empfiehlt dir für eigene Jitsi Meet und Next Hot um Videos abspielen zu können? Ja, Videos abspielen? Also, da eine spielt ein Video ab und das wird über Jitsi gestreamt? Ich check's auch nicht ganz genau, wie du das sagen möchtest. Also, das, was wir ja am, Moment, wann haben wir das gemacht? Da, wo wir unsere, unseren Sondertux Flash zur XZ-Hintertür hatten? Da haben wir das ja auch gemacht, aber wir haben uns da über, wie ist diese Seite noch? Watchtogether? Ach so, Watchtogether haben wir das gemacht. Äh, also, das ist ja nicht so, dass, äh, einer von uns das in einem lokalen Media Player abgespielt hat und dann wird, wird das zum anderen gestreamt. So ist es ja nicht. Also, wenn man so was unter, hier, Jitsi oder, äh, Next Cloud irgendwie machen will, das kostet Bandbreite. Genau, also spielt jeder für sich ab einfach, Also, der steuert dann Play und Pause, das schon. Wenn der eine Play drückt, dann macht, dann wird das bei allen automatisch auch auf Play gedrückt, das ist schon ziemlich cool. Aber das war's auch, ne? Also, so krass ist das nicht. Ähm, reicht aber auch in der Regel. Ansonsten, ähm, was du an Hardware brauchst, pff, eigentlich nicht viel. Also, ja, hm, was haben wir denn? Acht Gigabyte RAM reichen dir eigentlich. Ja, Dual Core, vielleicht ein Quad Core. Und dann bist du damit eigentlich schon halbwegs zufrieden. Und Speicherplatz 20, 30 Gigabyte mit allem drum und dran vielleicht. Kommt drauf an, wie viel du auf die Next Cloud speichern möchtest, natürlich, ne? Wenn du jetzt da deine Videothek abspeichern möchtest, dann 30 Gigabyte plus deine Videothek, ne? Sozusagen. Aber, äh, das braucht nicht viel. Ja? Das braucht nicht viel. In der Regel nicht. Aber irgendwie verkommt der Podcast gerade so ein bisschen zur Fragestunde. Na? Das kommt irgendwie nicht so richtig hier, oder gehört hier nicht so richtig rein, aber wir haben es mal mit abgefangen. Wir sind ja nicht so. Nee, nee, meistens nicht. Genau. Ja, jetzt ist die Fragestunde ausgefallen, letzte Woche, ne? Ja, das stimmt. Dafür gab es noch was anderes Schönes. Ja, total. Das stimmt. das seriöseste Betriebssystem. Seriös. Jetzt habe ich den Aufkleber nicht hier. Jetzt hätte ich mir noch ein seriös auf die Tasse kleben können. Der seriöse Killer. Ja. Darf ich nicht vergessen. Ja. Ja, wir wollen heute ja auch ungefähr um neun, äh, ne, äh, beenden. Dann würde ich noch mit einer, äh, Information beenden, oder, oder so ein bisschen aufs Ende hin wirken möchten. Aus dem hohen Norden eine Information sozusagen? Ähm, eigentlich eher so eine globale Information. Es gibt wieder den About Screen Contest äh, bei Inkscape äh, für die nächste Version, die 1.4. Falls ihr euch künstlerisch äh, begabt fühlt, äh, dann könnt ihr doch bis zum 14. April, das ist, äh, bis Sonntag dort noch was einreichen. Das ist das Bild, was, äh, in diesem About Screen denn angezeigt wird. Also es gibt eine Einreichung da, ihr könnt auch was einreichen und dann wird hinterher in so einem zwei-, dreistufigen Verfahren drüber abgestimmt, was denn im richtigen Release in der 1.4-Version dahin kommt. Also macht da gerne mit, wenn ihr meint, dass ihr da was Gutes zu beitragen könnt. Gut, das wäre das jetzt, was ich noch einschieben wollte am Ende. Sehr cool. Ich dachte, jetzt kommt, dass Schleswig-Holstein jetzt irgendwie ganz viele Arbeitsplätze umbestellt auf Open Source. Also dafür reicht die Zeit eigentlich nicht mehr. Also das können wir vielleicht in der nächsten Folge machen, wenn ich vielleicht auch noch ein paar Informationen dazu kriege. Also das Projekt Phönix, worauf das basiert, die ja auch schon ein bisschen länger dran sind, die waren, sagen wir mal, so ein bisschen schweigsam in der letzten Zeit, bevor das, also von daher fand ich es auch relativ überraschend, dass da jetzt sich noch so viel getan hat. Vor, wann waren die da? Der CEO von, von dem Projekt Phönix, der hat einen Vortrag bei den Kilo Open Source und Linux Tagen gehalten. Wie lange ist das hier schon, weißt du das noch? Sicher noch, also letztes Jahr war es nicht. Ich glaube, letztes Jahr haben sie nichts gemacht, dann ein Jahr davor würde ich mal sagen, ungefähr. Ja, war es dann. Aber gar nicht genau, weiß ich auch nicht mehr. Also, scheint jetzt zu, aufzustehen aus der Asche das Ganze und, ja, vielleicht bekommen wir noch ein paar Informationen drüber oder ich finde dazu noch irgendwie ein bisschen was raus, wäre durchaus interessant eigentlich, wo ich ja sowieso da sitze und vielleicht im September kriegen wir vielleicht dann wieder einen Vortrag dazu. Ja, gut, so, dann, natürlich abonniert alles reihrum hier, natürlich Linux Guides abonnieren, Linux Guides Admin, guckt bei Micha gerne vorbei, Saint of Cinder auf Twitch, jeden, fast jeden Dienstag und Donnerstag gibt es da tolles Zeugs. Genau, bei mir auch gerne, nicht, da war es halt letzter Schluss, abonnieren, sonst was Glocke drücken und so weiter und, ja, dann dränge ich ein bisschen, weil wir jetzt auch zum Ende kommen möchten. Und ruhig mal den ganzen Maintenern danken, einmal dem Hauke für M23 und einmal dem Jean für den Linux Assistent, Rechnungsassistent und was machst du noch? Ähm, äh, ja, hier den Oma Assistent, ach, der kommt noch, ja, aber, ja, nee, hier und da verschiedene Projekte, aber es werden auch immer wieder welche eingestellt, muss man sagen, weil man kann nicht auf jeder Hochzeit leider tanzen, beispielsweise Eventmanagementsystem, wird vielleicht nur noch für die Tux-Tage aktuell gehalten, als war es aber leider, ja, aber, ähm, dafür kommen coole andere neue Projekte und, ähm, genau, ja, und, ähm, mich ja machst du da was OpenSource-Technisch groß, ich wüsste jetzt auf Anhieb nichts, aber vielleicht bin ich auch einfach mega uninformiert. Nee, es reicht ja schon, dass ich quasi hier so, äh, hinter den Kulissen und das Technische mache. Auf jeden Fall. Ich maintaine nichts, weil, dafür fehlt mir dann einfach die Zeit. Ja, komm, XZ-Utils, hab ich gehört. Aber gut. Ja, demnächst. Hm. Ich, ich glaub, da ist eine Stelle frei worden als, äh, Co-Maintainer, aber, es wird grad noch mit heißer Nadel gestrickt. Und du nimmst Angebote entgegen? Äh, klar. Ehrlich, nein, äh, nee, gut, äh, ja, danke fürs Dabeisein euch beiden, danke für jeden Live-Zuschauer und dann auch danke an jeden Zuhörer, dann später auf Spotify oder denjenigen, die sich das dann aus der Retorte anhören auf dem Tux-Tage-Channel von YouTube und bei dir, Hauke, und dann noch bei PeerTube. Genau, ja. Genau. Also man kommt quasi wieder nicht dran vorbei, irgendwo werdet ihr da drüber stolpern, was wir hier so für einen Quatsch von uns geben. Macht's gut. Exakt. Jupp.